Das hier ist der Eurotrail Veroly. Dieser Campingstuhl ist verfertigt auf 3D-Mesh-Material, atemungsaktives Material. Das Kopfkissen ist verstellbar und kann auch aus Länderstütze eingestellt werden. Die Rückenteile hatten beide Seiten Elastik. Damit ist das Rückenteil flexibel für einen optimalen Sitzkomfort. Natürlich ist der Stuhl verstellbar und bindet einen super Sitzkomfort alles zusammen. Daneben ist optionell auch eine Fußstütze lieferbar. Das ist diese hier. Die Fußstütze zusammen mit dem Stuhl ist der ideale Partner für den Campingbereich, für den Karten oder eben auf dem Balkon.